Vielen Dank, Miriam Willems, vielen Dank, Sebastian Heller. So, dann kommt jetzt der Moment, wo ich das Podium bitten darf, mich zum Robo-Keeper zu begleiten. Vielleicht soll ich noch mal ganz kurz einen Satz zum Robo-Keeper, während wir dort hingehen. Wir können uns schon mal auf den Weg machen. Der Robo-Keeper wurde entwickelt von der Uni Dortmund und er ist quasi unschlagbar. Ich will sagen, Applaus. Sehr schön. Frau Ministerin. Jodaschua auszudiert, genau. Sehr gut. Ich lasse hier extra solche Veranstaltungen organisiert. Selten. Also im Verein leider nicht mehr. Ich bin ganz neidisch auf euch, aber wir gucken immer mal hin und wieder. Also auf der letzten Sommertour zur nationalen Sicherheitsstrategie, weil wir haben ja gelernt, Teamsport hat auch was mit Sicherheit zu tun, waren wir im Saarland unterwegs mit dem luxemburgischen Außenminister, der war auch dabei, und die Ministerpräsidentin vom Saarland. Und standen da auf dem Fußballplatz. Ich glaube, das war das letzte Mal. Vielen Dank. Damit bedanke ich mich jetzt. Vielen Dank. Vielen Dank.